Ja, Hi, Willkommen. Mein Name ist Lani Roy P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Donkey Kong Tropical Freeze. Das ist doch falsch gesagt. Donkey Kong Country Tropical Freeze, bitte. Was soll's. Wir haben in hohem Melode zum Quadrat den Secret Exit gefunden. Und jetzt müssen wir dieses Level nochmal machen. Bist du bereit dafür? Ja. Ich muss das Ganze nochmal machen. Und nochmal. Und nochmal. Die ganzen Kochenbuchstaben nochmal. Obwohl das Level müssen wir nicht nochmal machen. Nee. Ja, okay. Ich kommst in der Torit reingeschlagen, ich weiß. Boah. Da gehen wir jetzt Speedrun mäßig durch. Speedrun activated. Weil wir sind ja so gut in dem Auer. Wir sind ja so gut in dem Spiel. Oh fuck. Genauso. Du kommst da hoch. Das ist genau. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Was auch der ist. Komm her. Ich möchte dich anfassen. Was da? Nein. Au. Haha. Das ist eine Skizze. Ich hoffe ansehen und alle hören mich und alle riechen mich. also klappt sie unter sie schmeckt nein ich habe sie sie ist besser warum habe ich mich ja nicht festgehalten was für mich angepasst man für einen verprügelt wirst du damit kommen dass ich doch noch mal essen du schmeckst doch so gut nach haaren da hatte mein gesicht da man kann sich jetzt doch auf einmal ohne mich ja du kannst gar nicht ohne mich weg schießen jawohl das kann ich dir jawohl das kann ich dir wir verdingen wir verdingen da war es hier aber was machst du denn ich sterbe wenn ihr durch ein blöding da bin ich tot oder auch nicht da sind wir scheiße sind glaubt ich schneiden wissen nein ich dachte ein bisschen über das ziel hinausgeschossen nein schaffe ich nicht ja glaube ich auch irgendwie nicht so weiter wie ich gedacht hätte dass es weiter geht da so tötet man eigentlich da willst du eigentlich diese plattformen in legame immer noch müssen sie zusammenreißen das leben aus hier kann noch mal zu spüren ich schon du nicht ja stimmt so habe ich mal schön und die frische gemacht oh mein Gott Rest in Peace Rest in Peace to you Oh, hey müssen wir uns das ding einfach ausgewicht sie haben sie haben mich geschnitten also ein finger abgeschnitten in unten unter meinem bauch was mich nicht an ok ah ah fuck i will be back ma this is fucking you're a pit-off für die sekunde auf und dann haben sie direkt ja jetzt hat sich gut gemacht ich bin stolz auf dich haben wir uns rollen genug genug so heißt das rückwärts haben wir holen ich habe mich so angesehen wie kann man ansehen es hat augen beim auto kann ich da verstehen aber ja ja cranky nehme ich mal an wir hatten schon fast alle wir sollten es noch mal hier weg aber werde ich nicht genug bezahlt ich glaube die sind und ich glaube die sind noch eine news dass das bedauern sind wenn es nicht auch was du da aber zu zeichnen da ist so viel zu katerinnen das stachen auf dem kopf war ja zuhause hat er längst sind aber zeugs also habe ich ein spiel ich sehe ich mal runterfallen habe ich irgendwie so die jahre ist ja von mir als ich hier die töten geschossen es scheint ein kleines déjà vu zu geben könnte es sein ich will mich auch nicht sicher ich will wissen ob die bananen irgendwann zu bedeuten haben sagen sie ein nein da unten war noch nichts ich bin allein ok ok das ist kein problem nämlich ist halt eben allein also schon kein problem sein oh gott scheiße und ich weiter ok die minuten haben wir noch 15 mehr man weiß die eine saftler so ein saftladen für leben egal weil ja bei links ja ein abstecher machen soll scheißegal wir machen dann jetzt so schütze was passiert ist dass wir alle sterben ganz genau ist ja nicht so dass da so wie jetzt noch mal sterben nein nein wir sind innerhalb von solchen abständen schon mal gestorben ja jetzt gibt mir deine hand gib mir deine hand hier weg du kannst du davon wobei ich sonst auch oben danke dann da gibt es nämlich den schaden aber absolut was passiert war unter wasser das ist lebensgefährlich okay langsam wird verrückt wenn man an hier schon wieder gab und 9 9 gesehen haben wir sind neun puzzle teile wie lang ist die level warum da ist eine riesige käse rum unter wasser vielleicht mal überzeugt aber wir haben gar kein Problem die bananen sind klug die können ausweichen machen da war du kannst noch einmal zurückkehren ja aber ob ich das will weiß ich nicht nein ich bin tot ja auch was kann man nicht töten wir sind game over schon wieder ja weil wir müssen wir noch in den zehn minuten ja machen jetzt mal bei neue leben kaufen würde ich sagen wir können ja nicht hier oben uns im game over gehen kommen wir hin dahin also könnte man schauen aber das wäre schlecht für unseren ruh wir haben rufe ja wir haben eine ehre zu verteidigen wir haben ehre ja jetzt müssen sich ich finde keine mario spiel game over gegangen du schon ja bin ich auch sehr stolz ja neben das ist aber nicht aber nicht aber nicht einfach so verpassen das sehen wir nicht mal sehen wir noch gehen wir uns fünf minuten geben uns fünf minuten kommen wir wieder bis bis dann so ein saftladen ja nochmal ganz ja 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 so kann man die erledigen ok ja ich hab schon so geht ich wollte darunter gehen ok so kann man aber zwei leben direkt auch nur 1 wieder weg wenn ich darf nicht ja nein bleibt stehen du kriegst mich schon keine sorge aber ich töten was mich an dann nicht warum fasst du mich an nein wird den fertig mal und jeder wir müssen alle schafften leute und bonus level ein leben mehr meins einfach klocken mit den schaden absolviert links ist was ein ganzes russ und meins war war auch noch nicht untergedreht glaube ich wir leben am eigentlich zu wenig ich hatte dann auf springen nicht dahin wäre schon gleich was hat die schmerzen ach haben wir noch das war hier bananen und wenn man das passt ja wenn man den ort machen unser juhu mein liebiges spiel machen kann und dann habe ich gott sprach es werde ich dachte ich auch hier spielzeug spiel zu spülen leider schon wieder war das war der salo was ist mit mir los was tut es das ist offen da war geil ich glaube da unten ist vielleicht noch ein paar buchstaben da unten das stück und nechze aber da war nur ein paar bananen so lange nicht mehr sein so ich dachte wenn fischte ja so zerschnitten werde ja ganz schön brutal gewesen warum verdammt ja ja macht dazu jetzt trinkst du knapp vielleicht ist das hier nein der billig an der macht nicht das ist ich bin schon wieder allein und ich bin wieder allein genau da an diesem kackort und da ist das ende ja von damen und ich glaube da unendet man reingehen können und ich bin wieder allein allein ist weg weg party hat so die mädel weg ist also ich wieder wegen kerl mitnehmen oder was ich bin wieder allein allein sie ist weg und da es läuft luft 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 da oben ich glaube das reicht auch heute ja viel erreicht und am ende doch nichts erreicht ja deswegen werden wir das jetzt mal beenden was passiert was jetzt passiert ja sie freuen sich siegesgeheulen tja das war's von uns bis dann und tschüss tschau tschau